Hi, ich bin die Vero und ihr seid hier bei mir zu Hause in meiner Beauty Lounge. Ich liebe Mode, ich liebe Kosmetik, das ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ich bin sogar so ein Mensch, der 24 Stunden damit verbringen kann, mit schönen Schminksachen, mit Haaremachen, mit tollem Schmuck, also alles, was so in dem Bereich Beauty eigentlich angehört. Ich glaube, jeder Verkäufer aus einem Drogerie- oder Kosmetikladen, also ich glaube, wenn die mich sehen, wissen die schon ganz genau, dass ich das nächste Opfer sein werde, welches vielleicht den ganzen Laden leer kaufen kann. Einmal in der Woche genieße ich meine Pflegeroutine. Ich pflege meine Haut, indem ich sie vorher reinige, mit einem schönen, sanften Peeling, ein bisschen was für die Augenränder, wenn man dann doch ein paar Stück hat und ganz, ganz wichtig, eine schöne, sanfte Creme oder eine Maske. Also irgendwas, was deine Haut einmal in der Woche beruhigt von dem kompletten Alltagsstress, was man eh schon genug hat. Wenn der Rest passt und die Augenbrauen nicht, stellt man sich natürlich die Frage, was tue ich dagegen, dass auch das schön aussieht und einfach zum kompletten Ebenbild einfach passt. Zupfen ausprobiert, für mich nicht so das Gute, weil mir das einfach zu schmerzhaft ist. Die Wurzeln reißen in dem Moment raus und meine Haut rötet an, also schon mal abgehakt. Kaltwachsstreifen wäre eine Alternative, aber man muss schon Schmerzen aushalten können und das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Also bin ich auf die Idee gekommen. Man sieht ja auch viel durch die sozialen Netzwerke und habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einfach einen Trimmer anschaffe. Da ist er, mein Flawless Brows. Hat ein super schönes Design, sehr schmal, sieht aus wie ein kleiner Lippenstift und ist sehr handlich. Akkubetrieben, was ein super großer Vorteil ist, weil man ihn einfach überall mit hinnehmen kann und er einfach immer einsatzbereit ist. Und was ganz wichtig ist, LED-Licht heißt, du siehst jedes kleine Haar und du kriegst jedes damit auch entfernt. Sehr wichtig, weil es auch nicht jede Augenbrauenentferner integriert hat und ich habe schon mehrere ausprobiert und bin aber bei Flawless Brows stehen geblieben. Ja, der Flawless Brows lässt sich super einfach laden wie jedes andere Handy durch ein ganz normales Ladekabel und der Akku hält super, super lange. Es tut nicht weh, es ist sehr sauber in der Verarbeitung, es ist sehr schnell und wir haben alle ganz wenig Zeit heutzutage. Deswegen ist das für mich, glaube ich, die perfekte Möglichkeit, auf Dauer schnell, schön und fix meine Augenbrauen zu zupfen. Dauer schnell, schön und fix meine Augenbrauen zu zupfen.